Wir hatten heute Morgen ja einen Fall der häuslichen Gewalt, bei der eine Person verletzt worden ist mit einem Messer. Der Tatverdächtige hat sich hier in der Wohnung befunden und ist jetzt unverletzt durch Kräfte, Spezialkräfte der Polizei vorläufig festgenommen worden. Weil man nicht weiß, wie die Person reagiert. Die Person war bewaffnet und wir wussten auch zu dem Zeitpunkt nicht, ob sich möglicherweise weitere Waffen in dem Haus befanden. Aus dem Grunde sind die Spezialkräfte angefordert worden, die ihn jetzt haben festnehmen können, ohne dass die Person dabei verletzt worden ist. Sie befindet sich in ärztlicher Behandlung. Nach unseren Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr. Untertitelung des ZDF, 2020